Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Contract Wars. Dieses Mal mit der AK wieder, davon hatte ich ja auch schon ein Video. Und wieder mit einem gleichem Schlag quasi, nur, also wie halt auf den anderen Labs auch, nur halt eben mit einer anderen Waffe. Diese Runde war ehrlich gesagt nicht so gut, wir sind glaube ich als letztes irgendwie so, also am Ende sind wir logistikierter geworden oder so. Ach ja, und nochmal wieder mit originaler Qualität, vielleicht am letzten Mal wie gesagt habe. Das einzige Problem war nur, wir hatten halt eben eine relativ schlechte KD, ich glaube 1,5 oder auch sowas, 1,6 kann auch sein. 44 Kills, naja, also die KD war halt eben nicht ganz so glänzend. Und sonst, naja, allgemein war das Video aber sonst ziemlich lustig und deswegen würde ich sagen, ich könnte es euch ja selber angucken, wenn ihr gerade lustig habt. Deswegen auch viel Spaß mit dem Video. bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.